Hey, warum... Bitte Nighthavenlabs nicht kanal... Danke... Verdammte Scheiße, Mann! Warum bist du ein doofe Nighthavenlabs? Schlechte Erfahrungen und so. Jawoll, ja! Was ist das? Oh, mein Fenster ist offen. Hallo? Okay... Ja, du AFK-Mensch. Ich hab geschrien... Ich hab Snappelt... Ja, genau. Auch, weil ich hier Snapp nicht habe. Brauche ich auch nicht... Am Fenster ist bestimmt einer. Ich hab dich nicht ganz oben. Nöööö. Warum sind wir nicht ganz oben? Ich höre aber in dem Bereich. Ich hab Handys aktiviert. Ach, die kommt schon. Playmoniner ist bereit. Lade nach. Ich guck sie mal an. Die steht hinter... äh... vor der... bei East Wing, rechts neben der Laibung. Nicht da vorne geradeaus. Hinter der blauen Wand. Genau da, du Blindfisch. Blindfisch! Tut mir leid, dass ihr hinter einer Ecke steht. Ist ja gar... hinter der Laibung. East Wing, never ever. Wie bewegst du dich? Ich mach nur den Profi noch. Aber hey, wie geht's dir? Laibung. Ich fache das mit, wie geht's dir. Zieht. Ich fache sie nicht. Ich fache die fache. Die, ich fache diesen... Die, ich fache diesen... schreihe... Die flachen. Die, ich fache das, was nicht gekommen. Die junge Tron hatte sein Herzinfarkt seines Lebens, Digga. Von zwei Seiten, ich fühl mich verarscht. Ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff. Schau! Entschärfung eingeleitet! Entschärfer beschütten! Nur noch ein Gegner übrig! Gut, kann man das nicht! Geh! Hä? Hä, wir reden nicht drüber! Ja! Geil, darauf kann ich Sniper einen Schein einfach drauf machen! Bombe! Schau! 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 Mach das nicht noch einmal! Du auch nicht! So habe ich deine Mutter! Unten am Fenster, Leo! An dem unteren! Aber ich glaube, der ist weggerannt! Ich gehe voran! Ist das eine Frost Trap? Nein, ist clean! Der Störsender ist unten an der Treppe! Da komme ich nicht lang! Was? Ach, da hinten ist eine Kamera! Und Kyivira! Und Kyivira! Ruhe, sichere Kamera haben zerstört! Gut! Ich glaube, ich werde mal den Scharfen zum Posten! Aua! Von unten! Achtung, der ist offen! Die haben nur gegen das Metallgeschoss! Egal, was geht doch! Warte, ich tue eine Drohne rein! Ich passe nicht durch! Ich gehe da einfach durch! Ich gehe da einfach durch! Basti ist da nicht mehr! Geht woanders! Ich magiere die! Hey! Meine Waffe ist da geschwoben! Die werden jetzt safe auch Kali spielen! Ey, warum ist da zu? Ich gehe da zu! 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 Also über uns sind auf jeden Fall zwei, das weiß ich! Und der eine davon hat mich angeschossen! Ich gehe da zu! Ich gehe da zu! Ich gehe da zu! Und ich gehe da zu! ich gehe da zu! Okay. Ich gehe damit auf jeden Fall 2 central någonting преступär. bloß! ich gehe da zu! Geil! 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 Ich lass das doch alles offen. Wir sollen da mir landology rausgehen. Nein, du hast Rüstungen hingelegt! Ich habe da hinten alles abgesichert, also du hörst wenn jemand kommt. Ej, hab vorhin überall etwas gehört. Wo ist denn Rüstungen? Die hab ich irgendwo drauf platziert, weil B glaub ich ist das Ohja von da Sledge Komm auch noch irgendwo anders rein, ich würd ja gerne zu dir kommen, aber ich hab... Bleib einfach hier Ich hab da nicht nur irgendein Thema rein Ich hab da nicht nur irgendein Thema rein Viel Flores Und Fuels Vorsicht, Lappen An den Treppen ist bei mir einer Ja, ich weiß Ich weiß, dass von da aber noch einer kommt Bei den Treppen bei mir Ich setze jetzt VIVI Ist der was? Was? Die Soundspall auf jeden Fall bei mir Von hinten Zwei Seiten, ich werd überfordert Ja, da hinten ist was. Ja, da hinten ist was. Englisch ist gut. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Nein. Scheiße. Du bist es. Ich liebe dich. Ich liebe diese Waffe. GG. Ich habe fast ein Ace geholt. 4 Stück. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.